Nö, der Rest war für mich, das war eigentlich relativ gut, weil dann war das gut. Ja, das ist eine super Begründung, dass... Ja, ich komme auf... Halt's Maul jetzt! Das ist ein Faller und Robbennerven. Ambi, hängt hier noch irgendwo bling bling? Nein, gut, machen wir jetzt einfach weiter. Damit wir mal halt ein bisschen was schaffen, ey. So viele Unterbrechungen hatten wir im ganzen Let's Play noch nicht, ey. Ah, ja. Oh, die alte. Komm, schieß! Voll auf die Bi-Mips-Implantate. Dammit, where's Jill? Jill? Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Hi, Jill. Alter. Bartwigs. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Oh, oh. I am just here. It's a... Wesker. ...teleporter. You are alive. Wesker. This is Wesker. We last met at the Spencer estate. Wasn't it? Wasn't it? Where... Isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. I would expect you to be happier to see us. So slow to catch on. Uh-oh. Jill is boozer. Jill. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Let's finish this. Once and for all. I think the odds are fair. Two on two. Right, Jill? Seven minutes. Seven minutes is all I can expect to play with you. Meine Freundin schießen. Da komm ich nicht so ganz drauf klar. Du kommst auf den Sack schießen. Da kommst er nicht so drauf klar. Oh. AD, ey. Alter. Das stirbt doch nicht schon wieder. Ja, das ist zwar immer dieselbe Sache, aber... Schon wieder, Alter. Der boxt mich die ganze Zeit. Hilf mir. Oh, sch... Alter. Oh, ich hab Jill irgendwie so verwundet, dass sie ihm blutet. Ich hab sie getötet. Alter, ich will nicht meine Freundin töten. Oh, man darf nicht auf sie schießen. Nein, du traust dich nur auf Vescas konzentriert. Vesca. Was sag ich immer Vescas? Vescas. Vescas. Katzenfutter hier. Soll ich Katzenfutter geben, soll sie schießen. Alter, ey. Ich will doch nicht schätze. Was haben wir denn hier alles neu? Alles verkaufen. 5.500 gibt's nochmal. Da kann man dann nochmal was verbessern. Aber was macht man denn gegen den Vescas da am besten? Vesca. Ich weiß doch nicht. 8.000 brauche ich dafür. So ein Scheiß, ey. Ich kann doch nichts mehr verbessern hier gerade. Ich nehme mal die Elektrogranaten. Stimmt, vielleicht kriegen wir ihn da mit an, Sack. Kriegst du dann schnell ein bisschen zum paralysieren. Falls wir ihn doch nochmal mit der Sniper irgendwie treffen können. Der Sniper. Tja, so habe ich das Schild auseinandergenommen. Deswegen. Okay, gut. Dann sind wir soweit, können weitermachen. Hallo. Ja, lass den doch reden. Noch hört man nix. Wir müssen den irgendwie in irgendwelchen Aktionen. Jawoll, das ist nice. Ey, der ist irgendwie paralysiert. Oh, seine Feuerwehr hilft mich. Boah, geil. Ich... Kommt den auf. Ich konnte den gerade voll kicken, ey. Oh, performance. Alter, ich kann da gar nicht ausweichen. Ey, ey, ey. Oh, Mann. Ey, ich bin gleich schon wieder voll down, ey. Ich muss erst mal irgendwo hin und mich heilen, ey. Scheiße. Ach, ich hätte... Oh, Mann. Bisschen der. Hier bei mir, ey. Jawoll. Oh, ich drück als Q. Ich habe die... Hey, was soll das denn? Wieso wirst du denn jetzt gekickt? We'll never win like this. Time to change tactics. Mach was. Ach, ich habe völlig die falsche Sniper in der Hand. Ich komme mir gar nicht hinterher, ey. Aua, jetzt. Der hat mich schon wieder voll gekickt, ey. Außerhalb dahinter. Ey, Haken. Deine Haken doch. Ne, geht nicht. Da weich mich schon wieder aus ohne Ende. Wo ich ihn eigentlich treffe die ganze Zeit. Das ist doch scheiße. Alter, jetzt hat er mich betrunken. Let me point. Den hat ich eigentlich... Der macht einen Karate-Kick nach dem anderen. Ich glaube, wir müssen da doch ein bisschen eher zusammenbleiben. Ja, wie? Ich habe keine Ahnung. Wie das funzen soll. Wir brauchen auf jeden Fall Heilungspacks. Deswegen. Maschinenpistole, Muni. Stimmt, da könnte man sich noch mal was kaufen. Ich muss jetzt unbedingt meine Waffe verkaufen. Das bringt ja nichts. Ich brauche... Ah, ich habe noch 20 Muni. Ja, toll. Ich wollte einen Platz frei haben. Jetzt habe ich die 20 Muni da liegen. Ja, ich verkaufe doch deinen komischen Schlagstock. Den wirst du jetzt eh nicht mehr brauchen. Das bringt mir aber 300. Wahnsinnige 300. Lukas, lass das. Das hört man alles. Die wahnsinnigen 300. Ah, das kann ich stapeln. Gut, alles klar. Dann kaufe ich mir jetzt noch so ein Heilungspack. Hier, mach du das auch mal. Ja, mach ich doch. Du bist ja eh immer früher gekildert als ich. Ey, Mine? Wollen wir uns mal mit Minen probieren? Nein, hör auf mit so einem Quatsch. Schutzweste, was ist gegen Nahkampf? Wo haben wir denn die Minen? Äh, die Silespray. Einen Heilspray. Ähm, wie kann ich denn jetzt hier... Nein, das wieder zurück. Ach hier, das ist die komische Pflanze, ist das. Jetzt. Gib mir mal gerade meine Granaten zurück. Hä? Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt in meinem... Jetzt habe ich dir meinen Heilspray gekauft? Nein, ich habe mir jetzt gerade selber eins gekauft. Äh, geben. So. Ach hier, im Inventory ist das jetzt. Verwalten. So. Hä, du hast mir gerade ein grünes Kraut gegeben. Nein. Dann hatte ich das schon von Anfang an, aber ich kann mir noch ein... Heildingsbums-Gedöns kaufen. Ja, jetzt übertreibst nicht. Äh, sicher ist sicher, ne? Du stirbst eh, bevor das einsetzen kannst. Ach, das ist nicht immer so negativ, Bruder. Ich bin nicht negativ, ich bin realistisch. Äh, so. Seven minutes. Seven minutes is alright. Aber nicht. Alter. Komm, 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 schneid. Achtung. Immer wenn er den Kick versaut. Dann... Aua. Du hast mich voll geschockt, ey. Ey. Ich hab's gefunden. Wow. Oh. Oh, das war knapp, ey. Er ist immer kurz nach hinten. Hallo, ich hab ja was hier. Scheiß drauf. Wow. Ich bin einfach mal weitergelaufen. Immer kurz nach seinen, ähm... Seinen Moose, ne? Ja. Manfällig. Ey. Oh Mann. Boah, er ist immer voll auf mich drauf. So, ich bin mal ganz steigig auf. Ich schieß ihn als in den Arsch. Was will ich denn jetzt mit Gold? Ich brauch mir irgendwas zu schießen. Aua. Die Shiva, ich sterbe schon wieder, weil die auch mal schießt. Wo stirbst du denn andauernd? Ja. Das frag ich mich auch. Your future hinges upon this fight. Ähm, ja. You'll never win like... Ich renne einfach mal hoch, ne? Nee, jetzt renne die da weg. Ich renne jetzt wieder das... Ja, siehste, da werde ich nur umgespracht. Oh, Mädel. So, du kannst jetzt auf den draufhauen. Oder auch nicht mehr. Doch. Wart man jetzt hier raus. Ja, Idee. Vielleicht wieder down. Oh, ich muss mich jetzt mal heilen, ey. Schnell. Schnell. Benutzen. Los. Weiter. Oh, ich hab keine Munition mehr, außer für mich schnell. Oh, scheiße. Nicht... Was lädt der denn nach, der Spasti? Auf, 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 auf. There you are. Ja, dann. Weiter. Das sind gerade geschockt. Achtung. Jetzt können wir auf, hier drauf. Oh, nee. Ich hab dich erwischt. Was soll das denn? Okay, wir müssen weiter. Irgendwohin. Ja, los, los, los. Erstmal weiter rennen. Ja, Maschinenpistolen, Muni. Das ist schon cool. Ich bin nur Gold, ey. Was wollte ich denn jetzt zum Fickchen Gold? Entschuldige. Jawohl, wir können auf ihn draufballern. Oh, jetzt aber weg. Jetzt aber raus hier. Noch ein Kraut gefunden. Wo bist du? Ich baller auf ihn drauf. Ach, bei ihm. Ah, there you are. Ah, tiefgefühlt. Ich spiele jetzt verstecken oder was. Hä? Wo seid ihr? Ich war hier im Inneren. Ach, da ist chill. Ah, da ist chill. Komm, 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 komm. Ich hab grad die ganze Packung auf ihn drauf gedonnert. Aua. Wow. Ah, der ist verkrackt. Bisschen Latten, der Typ, oder? Ja. Au. Du hast mich voll elektrosilisiert. Alter. Normally, hätte ich den jetzt volle Kanne die ganze Zeit getroffen. Wo ist er denn jetzt? Draußen. Hier, Schroflitten, Muni. Ja, ich hab grad... Ach so, nein, lass das, hör mal auf. Ach, jetzt nicht verdrück mich hier, alt. Ja. Was soll ich denn sagen? Ja, toll. Jetzt muss er wieder irgendeine Aktion... Ah, der stylz ich seine Haare. Ich krieg zu viel. Alter, da geht der Typ auf den Sender. Alter. Ich treffe den die ganze Zeit volle Kanne. Komm mal, hier mal rein, weil der Typ ist tot. Aua. Das kann keinen Sinn begeben. Jetzt, 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 jetzt! Ah, ad. Komm, weil er heilt's auf ihn drauf. Okay, jetzt ist schon wieder zu spät. Hier hast du was zum Heilen. Machst du was zum Heilen. Ja. Äh, in der Torrey heilen. Benutzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, bitte, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Ich muss mal gucken, ich hab nur noch ein Beispiel. Ja, ich auch nicht. Oh, verficktes Gold. Oh, da ist Schie... Äh, links wieder da. Schild. Schild. Ah, there you are! Ne, mach's nicht aus. Seh nix. There's no point. Den Heidee. Ah, da... Du, ich bin voll auf dem Sender hier. Ja, ich hab'n voll erwischt. Äh, ist schwierig. Da ist grad gerade eine Freie. Ich muss unten beim Fernseher. Unten rechts beim Fernseher. Ich hab' null Munition mehr. Gar nichts. Ich kann... Ich helfe. Ich muss durch die Gegend quatzen. Und Munition suchen. Ja, dann warten wir uns nicht. Ich menke die hier so ein bisschen ab. Uah. Ja. Ne, ist mir eine Nachtgeschichte vor und sowas. Einfach... Eine gute Nachtgeschichte, genau. Die wirkt meistens immer gut. Ey. Wo bist du? Ich bin nach unten geübt. Ja, ich weiß. Ich hab'n sich gerade gesehen. Gewehrmunition. Das ist schon mal gut. There you are. Lieber mal schnell runter. Der hat gesagt, ja, there you are. Ja, ich weiß. Ich bin schon am Laufen. Ah, da ist nochmal Munition. Das nimmt der Tier her. Kann ich pack'n noch rumzieren. Der ist doof. Der rennt hier gegen die Mauer. Ja, das ist gut. Dann können wir grad mal durchatmen und nachladen. Na, wir kommen drauf. Durchatmen. Ah, ich komm'n wieder rauf. Hängt er da wieder gegen die Mauer? Dann können wir den Spielpark ausnutzen. Ja, der hängt da. Nein, der hat sich geportet. Ja, der portet sich gerade vor dem Spielpark. Wow. Wo bin ich denn? Kannst du dich grad nur um den Schild kümmern? Haben wir ein, zwei Schüsse hinbegeben? Ja. Okay. Gut. Was hatte ich denn hier gerade noch? Pistolenmunition habe ich noch. Ah, er ist hier bei mir. Ja, war... Erstmal schnell vorbeirennen. Alter, jetzt mach' mal deinen Ruf oder so. Au! Entschuldigung. Die Zeit zum Spielen ist vorbei. Was? Ich bin so auf den Sender. Immer hab' ich auf den Schüße, dann ist der gar nicht wieder in seinem Unbeziehbar-Modus. Ah, ey, chill. Hau bloß ab, ey. Was ist denn jetzt los? Wieso macht der hier Festbeleuchtung an? Jetzt kriegt der einen Anruf. Ich krieg' gleich einen Fax hier, ey. Okay, go. Wesker, stop. Hier, das ist dein Schild. Oh, Mann. Oh, Mann. Da war noch nichts. Oh, Mann. 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 Hey, Chris! Snap out of it! Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Jill! Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commandable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Get out of here. Yeah, she's going to leave us right there. I'm afraid someone has to... Uh... We can remove that chest on her chest. To move it to tomorrow. Alright. And that's what we're gonna do. So. Okay. Come, go and do something. du sollst sie nicht umbringen ach so du hast sie umgebracht weil du mit ihrem kopf in den fußboden musstest aber keine zeit für spielchen hier ja wir müssen einfach nur hier so elektro schocken jetzt habe ich meinen elektrostab natürlich deswegen wir müssen das ding wahrscheinlich irgendwie kurz schließen und dann auf gut glück was hoffen dass was geht fertig fertig oh mann ja dann jetzt habe ich keine muni mehr jetzt habe ich alles verballert ja solange die da unten rumhampieren soll sich mal vernünftig hinstellen und nicht da so rumhampeln kann man auch mal auf ihre brust ja ich hab's getroffen du hast schon wieder ihren kopf in den fußboden ja aber diesmal schieße ich nicht noch mal nachträglich drauf sehr sehr gut bleib doch mal stehen fang an zu schießen ja warte lass sie erst rumtanzen nein hör auf du musst sie nur ablenken dass sie auf dich schießt da habe ich sie am arm getroffen du hast schon wieder getötet das gibt es doch gar nicht wieso machst du das machen mit der schrotflinte ja gar nicht du musst sie nur da unten behalten und ich schieße mit der sniper immer direkt auf das scheiß ding diese kämpfe gehen mir so auf den sack okay goodnightern zum spiel dazu do 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 do